Hallo und herzlich willkommen zum Online-Chor. Mein Name ist Georg Baumgärtner, ich bin Atemsprech- und Stimmlehrer und arbeite unter anderem als Chorleiter für zwei Chöre im nordöstlichen Randgebiet von Berlin. Da aufgrund der aktuellen Situation durch den Coronavirus die meisten Chöre nicht wie gewohnt proben und arbeiten können, habe ich mich dazu entschlossen, eine Online-Chor-Probe anzubieten. In diesem ersten Video möchte ich kurz erläutern, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf diesem Kanal werden nach und nach Videos hochgeladen. Wir werden verschiedene Lieder zusammenarbeiten. Zu jedem einzelnen Lied werde ich zum einen Videos für jede Einzelstimme erstellen, die dann detailliert von mir gearbeitet wird. Zum zweiten gibt es Audiomaterial, auch zu jeder einzelnen Singstimme, damit ihr zu Hause üben könnt. Das Ziel soll nachher sein, dass wir am Ende ein schönes Ergebnis präsentieren können und das soll wie folgt funktionieren. Wenn ihr eure Stimme dann richtig gut könnt und zufrieden damit seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Stimme als Tonaufnahme zuschicken würdet. Ich werde dann hier alle eingeschickten Dateien zu einem großen Chor zusammenfügen und dieses als Ergebnis für jedes einzelne Lied auf dem YouTube-Kanal hochladen. Ich hoffe, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, trotz der Isolation zusammenzuarbeiten und ein tolles Projekt zu machen und hoffe, dass so viele wie möglich von euch mitmachen. Ihr könnt den Link zu dem Kanal wie auch den Link zur Website sehr gerne teilen, dass wir so viele Leute wie möglich erreichen, um nachher zu jedem Lied ein tolles Ergebnis zeigen zu können.